Und es ist manchmal auch wichtig, über solche Sachen zu reden. Okay, aber nicht in so einer Situation und vor allem auch nicht, also vielleicht ist es okay, wenn sie mit dir da redet, aber ich bin jetzt auch dabei und so. Und wenn ich in ihrer Situation wäre, würde ich nicht irgendwelchen fremden Leuten, die hier auf so eine bekloppte Anzeige hinhergekommen sind, von meinem Leben erzählen. Ja, kann ich schon verstehen. Ja, es ist schön, wenn du das verstehen kannst. Ich glaube, du hast das. Anscheinend kannst du ja alles verstehen. Pass mal ein bisschen auf. Ja, ja, wir sind ja alle freiwillig hier. Genau. Ich heiße Lena Moskowska, bin 20 Jahre alt und bin wegen der Annonce hier. Ja, guten Tag, Sophia Geist ist mein Name, 21 Jahre alt. Die Medien haben mich diskreditiert und nun mache ich sie wieder zum Freund. Ja, ich bin Charlotte, ich bin 18 Jahre alt und mir geht es ganz gut und ich bin auch wegen der Anzeige hier. Ich bin Anna Meinert, ich bin 19 und ich bin hier, weil ich mir anschauen, was die anderen so mit ihrem Leben machen. Wie sagt man so schön, ein bisschen Competition dabei und das ist schon ganz nett. Aber das Team ist gut, das Team ist kompetent. Und naja, manchmal ist es ein bisschen, ist das so ein bisschen... Na ja, kommt auch mal ein bisschen doof an, was du jetzt heute wieder von mir wissen willst. Zwar, ich denke mal, wir werden heute... Also ich möchte natürlich, ich bin sehr darauf bedacht, weiterhin, was ich hoffe oder bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, auch schon geschafft habe, die Leute zu begeistern, den Leuten was mitzugeben. Also vor allem solltet ihr mich nehmen, weil mein Leben irgendwie nach vorne gerichtet ist und nicht so wie bei den anderen, wo es nur irgendwie darum geht. Also Entschuldigung, aber es ist voll deprimierend, wenn die nur da sitzen und sagen, oh Gott, mein Leben ist so furchtbar, ich habe diese Krankheit und ich werde bald sterben und so. Ja, okay, das ist schlimm, aber mein Leben ist halt schön. So und ich habe Spaß in meinem Leben und ich finde, sowas sollte auch gezeigt werden. Und wenn nicht, dann habt ihr irgendwie eine komische Anzeige geschaltet. Na ja, die Gespräche, die wir bei den letzten Tagen hatten, die haben wir ja schon ein wenig gefordert. Und ich... Ich versuche, mich einfach mal vorzustellen. Ich möchte ja auch irgendwie, dass das hier was bringt, was ich mache. Ähm, ja, ich... Was? Was? Ich... Ich... Also ich... Komm, Lena! Lena! Lena, Sophia! Sophia, Sylvia! Sylvia, Charlotte! Charlotte, Sylvia! Sylvia, Charlotte! Charlotte, Sophia! Uwe, Alexander. Ja, ich glaube auch. War ja sehr lustig, ne? Nein, nein, der war ja auch gefallen jetzt, ne? Ja, der war schon nicht gut. Tschö. Vielen Dank.